Wer kann höher springen? Ein Pumper oder ein Skispringer? Heute finden wir es heraus. Das ist Lukas. Er ist seit neun Jahren Skispring und was die besonders gut können, ist natürlich hoch zu springen. Marcel, du bist zwar aufgepumpt wie ein Kühlschrank, aber Sprungkraft ist meine Spezialität. Mit dieser Ansage ging es erstmal an die 100 cm und die gingen für uns beide ziemlich easy. Wir haben jetzt 1,20 m. Ihr seht, jetzt geht mir schon bis auf die Brust. Wie zu erwarten waren die 1,20 m für mich sowie auch für Lukas kein Problem. So Freunde, wir haben jetzt hier 1,30 m neben mir. Ihr seht, es geht mir schon fast aufs Schlüsselbein hinauf. 130 cm steht. Für Lukas war die Höhe natürlich kein Problem. Wir erhöhten direkt auf 1,35 m. Ich gab nochmal alles und... Nicht mehr möglich, Freunde. Lukas hingegen hat die Stange gleich nochmal auf 1,40 m erhöht. Sagen wir mal Marcel, wer der Mann im Haus ist. Es war eine knappe Challenge, aber dieses Rennen geht an Lukas.